Musik 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 Boah, viel zu schnell Viel zu schnell Ich hab schon mit die Tasse gedrückt, mach mal an, bitte ich auch Das ist so schlecht Hallo Hallo Der tötet sich ja noch selbst Der Goro Boy Goro fängt immer viel zu früh an und ist viel zu schnell fertig Ihr habt gesagt, jetzt komm schnell Nur Juli hat gelacht Franky Der ging auf mich Der ging auf mich Der ging auf das Alkohol Auf das Alkohol Juli steht direkt im Friendship, what the fuck Juli Nein, ich stehe dahinter Achso Er steht davor Nicht reinlaufen Juli, er ist immer aktiv Ja, ja Es skaliert gerade Na, Grundram, schon eingekauft Ich hab gerade gefragt, ob Tauta da wohl echt reingeht Okay, Marc fährt sich für mich geopfert Hm? Und er lebt auch noch Natürlich Juli Ich hab mich gefragt, ob du da in den Traitor-Room reingehst Kann man ja nicht rein Willst du da auch mal nicht, Barcelona? Ich mach jetzt ein Hier bist du da rein Keine Ahnung, geht der nicht auch? Dann können wir mal schießen auf dich, Botzen Dann noch einmal Ja Bleib mal da oben stehen Ah, da kann man diesmal aber sogar reingucken Das geht sonst nicht Ah! Okay Flick! Ah! Ah! Oh mein Gott Er ist echt geflogen und gestorben Echt? Nein, oder? Er hat einen schnellen Tod, Juli Erzählt uns was Mir schuld? Ja Ich hab's noch auf den Boden geschossen Na, Kundran Ja? Wo bist du? Wo? Er fliegt da oben herum Ich muss jetzt in den Untergrund ziehen Ne, das ist Nefi Was haben wir da getan? Ne, du hast vorher eine Granate geworfen Hä? Wenn irgendwo einer Kunran eine Granate geworfen hat, dann erschieß ihn Kunran hat eine Granate geworfen Ich bin bei dem Traitor Room Er kann keine Granate geworfen Ich bin bei dem Traitor Room hier unten Au, wer ist es? Er ist beim Traitor Room unter der Granate geworfen Äh, ich wurde auf elf runtergeschossen Ich hab jetzt schon eine Insel Nein, ich hab über Jetzt hat Tautau sie abgeknallt Hä? Tautau schießt Hä? Hau rein Nefi Sie ist runtergefallen, Dalu Ach, verdammt Ach, Dalu Ich hab, ich hab Tautau Okay, du hast ihn trotzdem erwischt Ich hab ihn gewarnt Ja, ich weiß Aber er konnte ja nix damit anfangen Harte, wer ist hier eigentlich alles tot? Was Hau rein Nefi, er ist doch ausschlaggebend Wo ist er denn hingefallen? Ach, fuck das wieder Weiß nicht, aber Ich wollt grad sagen Es sind ganz ganz viele tot Okay, er ist ja alles tot Tautau Tautau Es stimmt nicht Ah, geht doch Natürlich Steht doch hier Ja, ich lüge schon mal Ich bin Detective, ich habe hier die Beweise Ja Dann geh doch mal zur Leiche Ja, steht DeagleHeadshot war ich Ja, genau Alle drei Seiten auf nichts, ey. Die haben gesnipert? Wir haben in den 30 Sekunden nichts passiert, das ist Kundrad, also. Okay. Okay, dann warten wir jetzt 30 Sekunden. Bei 6. Grunde an der Klammer auf der Hölze, den schieße ich. Okay? Ich habe kein Problem, damit jetzt noch 30 Sekunden zu warten. Okay. Ich glaube, einer versteckt sich bestimmt im Traitor-Raum. Der hat doch gerade gerülpst. Dann ist bei Maxi noch einer. Der irgendwo, nee, irgendwo im Untergrund. Was ist auf der Radar? Gibt es nicht. Was kannst du eigentlich? Gibt es auf der Map nicht, du Nase. Achso. Oh, ich höre hier Waffennachladen. Im Wasser. Ist auch ein Traitor-Raum. Das ist ein Bug. In der Leuchte muss keiner. Hui. Ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ding. In der Mikrowelle. Krass, wie spannend. Guck, bei mir ist das viel krasser. Ich mache hier richtige, hier so wie man Steine flitschen lassen hat. Pass auf. Jetzt. Ding, 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 ding. Du bist krass, du jetzt schon Kundrad erschossen? Wieso soll ich Kundrad erschossen haben? Ich werde von der unsichtbaren Macht die ganze Zeit hin und her geschobst. Hä? Da hinten ist eine Mauer, eine unsichtbare. Aber die stürzt dann doch nicht weg? Die scheinbar schon. So, wenn sie eigentlich leiden kann. Jetzt kommen wir endlich aus dem Getreterraum raus, Renifi. Gut. Da ist keiner mehr. Ich schieße jetzt Kundrad ab, okay? Hallo. Warum? Weil nichts passiert. Magische Gold. Ja, ja, er hat es geschlossen. Warum bewegst du dich in der Sekunde? Du bleibst eine Minute stehen. Nein, dann bin ich. Und da war es Kundrad. Was denn? Ja, es war ja auch nichts los. Er war Tricksdotsch. Früher war es Anne, heute ist es Kundrad. Stell mal vor, beide würden. Oh nein. Bald ist ein Trailer keiner stirbt. Die Zeit läuft einfach so ab. Und die ganze Zeit haben sie da gesessen in der Ecke und Kaffee getrunken. Das ist mir leid, Nefi. Ich habe dich aber gewarnt. Das muss mir ja... Ich glaube, damit konnte ich aber echt null anfangen. Dafür kill, Koro. Ich dachte mit Hau rein, Nefi, dass du meintest, schießt Tautau mal ab, weil ich die drehen konnte. Hau rein, Nefi. Hau rein, Nefi. Ist da runtergefallen. Aus, da rein, aus, aus. Du wolltest nicht geschubst, das war die Disco. Machen wir jetzt noch mal eine gute Einleitung? Machen wir jetzt noch mal eine Einleitung. Dann müssen wir jetzt die von Koro wirklich nehmen. Du kannst ja deine eigene noch mal machen. Ah, okay, gut. Was ist da jetzt gesoffen? Hat jemand gesoffen? Wenn ich tot bin, ist es... Hallo. Da kam einer aus dem Nether. Näsor. Da kam einer aus dem Nether. Gehen sie jetzt vorm Turm. Aus dem Nether. Gehen sie vorm Turm. Aua. Ey, das ist im Turm. Das sehe ich ganz genau. Wow. Da wurde jemand abgeklappt. Wäre es Runde gefallen? Nein. Goro. Ich habe Tautau getötet. Hä? Was hat er gemacht? Oh, das ist hier los. Ich habe eine Taube, Leute. Ah, die hat er. Hä, es ist Goro. Goro hat einen Vogel. Mach den, Vogel. Ja, das hat er jede Runde. McFly ist es, er hat eine Taube auch. Ja. Wo bist du Bots da? Hier, fang. Goro hat eine Taube. Goro hat einen Vogel. Ich habe Tautau mit dem Kart. Oh. Hey, Max, sie hat hier. Julie, ja, Julie, ich habe sie. Julie, was? Hat Tautau mit dem Kart gekillt? Ihr verdammten Ramp-Kinder hier an den Ticken. Und da plötzlich ging er auf. Ja, ist die Scheiße. Dann hauen wir da, du ist ein Minecraft ins. Ich frälste und dein Goro. Kamen ganz viele Sachen aus dem raus. Alter. Hä, wieso, es braucht nicht ein Wasser? Schatz, du bist mit deinem Gesicht gegen meinen Minecraft. Ich war gerade im Portal, das ist ja cool gewesen. Mit der scheiße Insirup-Bissens-Portal gestolpert, ja. Dich! Voll. Oh Gott, ich dachte, ich bin drin. Goro war da. Sehr brutal, ja. Goro war da. Das ist kein Hit. Fein. Fick dich. Das war ein Hit. Wer war das? Das war ein Hit. War es, war es, war es, war es. Obo, wenn du das warst, ne? Dann, ja, hol ich dich jetzt. Komm, dich vor. Ich hol dich. Was hast du da gemacht? Ich bin die Diegel hier geholt, die hier immer liegt. Achso. Das war der Hit. Ja, die kenne ich nicht. Wo bist du, hä? Bist du der da vorne mit meinem Minecraft? Ich habe noch keine Waffe, ich boxe dich. Oh, schade. Reich, extra. Oh, wo ist jetzt hin? Oh, ist das Spielzeug verloren? Geh in deine Kamera. Du bist doof, ohnehin. Du bist gestehe. Was ist der Big Fly hier? Drop was. Okay. Was machst du? Was? Leute, es ist Juli. Ne, viel. Es ist Juli. Du hast doch nicht geschossen. Warum? Ich habe das gesehen. Ich habe gerade mit Fists gemacht. Ich habe nichts gemacht, ey. Ja, Kind. Es ist Juli. Ja, aber wie jeden Fall ist das, Juli. Ich bin so was von Eno. Ich bin grün. Mach sie. Du bist grün. Ja, Eno ist der Drückwärts. Ja, Eno. T, T, N, E, C, U, N, N, I. Okay, es ist Juli. Warte, wer wollen sie mit Minecraft? Hol mal Minecraft. Ich halte sie. So wie ein T und nicht ein D. Wo ist sie denn? Innocent. Ne, mit D. E, Innocent. Innocent. Juli, ist es auf jeden Fall. Juli, du hast dich leider nicht verraten. Oh, sie hat jetzt überlebt. Sie ist Traitor. Ja. Ich habe nichts gemacht, ey. Der Bart Simpson. Hey, warte mal. Ich bin jetzt gestorben. Ich glaube, das A war nicht ernst. Ach, scheiße. Nein. McFly. Was hast du? Ach so, du hast keinen Detective Skin. Ich dachte, du warst am Schoppen. Ja, ich dachte, was macht der denn da? Was macht der denn da? Was macht der denn da? Immilien-Sheet. Immilien-Sheet. Was ist das jetzt mit Juli, Grants? Keine Ahnung, auf einmal war sie weg. Hast du sie in den Boden gestampft? Juli, 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 Juli. Ich habe sie nicht angefasst. Dalu hat einen Speer. Aber von Nephi noch. Dalu hat wirklich einen Speer. Habe ich aber von Nephi gehabt, du Nase. Willst du mich verarschen? Da ist Juli von Trader-Room. Stimmt, da endlich. Ey, Dalu, ist es. Willst du mich verarschen? Du hast doch gerade Juli da gesehen. Juli, wieso tötest du Dalu nicht? Okay, Dalu hat sich an Juli verkehlt. Im Leuchtturm ist Kunran tot. Das war doch Juli. Ich würde es sehr begrüßen. Ich bin es nicht, okay? Sie nimmt gerade einen Bart, Leute. Das klingt jetzt echt so, wie sie plötzlich im Badezimmer. Nein, sie nimmt wirklich einen Bart. Ich beobachte sie heimlich. Nee. Was? Oh nein, sie ist rausgegangen. Juli, geh wieder rein. Okay, danke. Hör auf, nicht schießen. Wirklich. Ich schieße doch gar nicht. Ich bin voll inho. Einer aus dem Leuchtturm hat... Mach einfach weiter mit der Show. Oh, hat Schisk weggesniped. Ah, Dalu, du Sack. Es ist Dalu. Die anderen sind schon wieder tot, alle. Hier und so. Ach, shit. Oh Mann. Ich hab nichts gesehen mehr. Alle anderen waren aber tot, ja. Nichts gemacht, Nefi. Ich hab nichts gemacht. Hatst du wirklich einmal den Speer in der Hand da? Ja, hat er gehabt. Ah, okay. Und er hat die Granate geworfen und hat den Speer in der Hand. Ich denk so, oh nein. Ich dachte, ich hätte gar keinen Speer gehabt, weil am Anfang dachte, ich hab einen Speer gekauft und auf einmal hatte ich ein Messer in der Hand. Damit hab ich dann Goro einfach abgestochen. Aber das Messer hab ich nicht gekauft. Ich war mir dann halt nicht sicher, ob das halt nicht wirklich von Nefi hat. Ganz ehrlich, wie hab ich die Plasma-Protekt jetzt. Du hast die immer mehr angehört. Nö. Nö. Hab ich denn das geschafft? Dann war ich auf Reddit. Hört auf mit den Propkills. Keine Propkills. Keine Propkills. Kleiner Propkills. Keine Propkills. Hey, lass mich durchtauchen. Keine Propkills. Keine Popkills. Keine Popkills hast du. Keine Popkills. Oh. Könntest du bitte mit deiner Mikrowelle abhauwölkert sagen. Könntest du bitte mit deiner. Hast du da gerade jemand runtergebracht? Nein, nein, Juli. Rundflug? Oh, was ist da? Oh, Juli. Kunran, wo bist du hingepackt? Was? Bin noch hier. Ach, oh. Er haut die Wand kaputt. Gott gemacht, Juli. Du hast da nichts gemacht. Komm doch hier mit nicht. Ich bin fahrung. Äh, Kunran backt rum. Ich stehe hinter dir, Nefi. Ja, du stehst hier bei mir vor mir. Bei mir steht Kunran hier vor mir. Wo ist denn das Ding hin? Hey, bei mir steht Kunran auch vor mir. Bei mir steht Kunran auch vor mir. Leute, er hat den Dete-Bug, wollen wir damit sagen. Er steht vor mir, Leute. Also Kunran steht überall vor mir. Kunran steht einfach vor mir. Kunran hat einen Ständer, ich meine, natürlich steht vor mir. Was? Wow. Guck mal, ob ich euch beschießen kann. Identität geklaut. Aber hier war auf jeden Fall gerade eine Unsinnbarkeit. Von wem deinem Bot? Ja. Ist das gerade neben mir, Kunran? Ja, tu ich. Da hat einer geschossen. Ich merke auf jeden Fall, wenn ich gegen dich laufe. Ja, na, Kunran im Back muss er sich selber umbringen. Ich merke, wenn ich... Was passiert, wenn ich hier den Goldblock nehme? Fliegt dann der Goldblock einfach rum? Wo bist du denn? Ja, der fliegt rum, genau. Und du musst jetzt den Goldblock umtragen. Das würde ich sehen. Da kann ich aber keine Waffe mehr nehmen. Umso besser. Das nur Popkel. Goldblock ist Waffe genug. Und Tester. Das nur Popkel. Wenn ich das jetzt hauelt, macht dir das Schaden, Kunran? Nee. Da ist er. Nö. Wo ist er denn überhaupt? Fisk. Hallo, Entschuldigung. Wenn Kunran nicht Detective wäre, hätte ich jetzt, dass du da isst. Aber Kunran kann ich doch sehen. Ja, wo ist er? Ja, Kunran. Ja, du siehst ihn rumstehen, oder? Nein, er läuft. Okay, dann ist das nicht bei allen. Dann ist das nicht bei allen. Ja, klar, ja. Kunran. Oh Gott. Du wirst gestorben. Da wurde Fisk. Ich glaube, Fisk hat gesnipert. Ja, Fisk hat auch. Nein, da ist doch ein Baby. Das war ein Baby. Der ist vom Turm weggestoßen worden. Dankeschön. Okay. Aber Fisk hat hochgezogen. Ja, ich wollte wissen, wer da oben ist. Und dann ist da nur weggeflogen. Hängt dann Kunran. Goro war's. Hier, da ist er. Ich habe Goro gemacht. Goro war's. Kunran cheatet. Du bist es, Juli, ne? Notweiter kann ich nicht sehen. Nein. Friendship, friendship, friendship. Oh nein, okay. Das war Juli nicht. Dann ist es Fisk. Ich bin's immer. Liebsten, die müssen ich Fisk. Ich bin im Leuchtturm und Leben. Ich bin im Leuchtturm und Leben noch. Exakt, Fisk. Ich bin im Leuchtturm und lebe noch. Ich bin einfach ins Wasser gesprungen. Ich bin im Leuchtturm und sich lebt noch. Wie geht das? Nicht bewegen, alle nicht bewegen. Und mir backt der Friendship. Das war ich, ne? Weh, noch ein zweiter Friendship. Juli, lebt's noch? Meinst du erst weg? Ich hab keine Ahnung. Glaub doch nicht, der war alles. Da ist noch einer, Tautau ist auch noch hoch. Tautau, es gibt noch den Weihnachtsmann. Ich bin raus. Nein. Da ist Nese. Erlebt noch. Ja, Juli und ich haben hier aufgepasst. Hat Tautau vielleicht den Friendship einfach verkackt? Es war Fisk. Es war Fisk. Es ist, als ob ich mich selbst eine Friendship draufhau. Ja, vielleicht hast du den verkackt. Du wolltest ihn übers Geländer machen. Du hast ihn übergegensgeländer gemacht. Du war grad Schießerei. Ich schiebe so nach Tautau. Tautau? Leute, Tautau wurde grad im Turm hingerichtet. Im Turm? Nefi, komm zurück. Du guckst doch genau auf sein Leiche, oder nicht? Keiner hat Lust, in den Turm zu gehen. Da ist direkt ein Blutfleck. Oh, dahinter ist so. Das sind die Tänzer, die kaputt geschossen sind. Da Maxi. Ja, ich geh da doch nicht rein. Das ist keiner jetzt. Du bist voll in der Bahn von Maxi. Weißt du was? Aber das Problem ist, er kann ja auch einfach unten rauslaufen. Ja, vielleicht ist ihr auch mal zwei ausgelaufen. Im Turm ist keiner. Im Turm ist keiner. Da kam Fisk grad rausgelaufen unten. Ja, dann ist es Fisk. Er sagt auch nichts mehr dazu. Wo ist er? Ne, ne. Da. Er hat noch... Da siehst du, Tautau ist tot, wusste ich's. Mach'n Koopa Jump, Maxi. Mach'n Koopa Jump. Ach. Mann, wieso kooperst du ihn denn nicht? Das war keiner vergiftet. Ich fand das Kuguru. Mann, Mann, Mann. Das ist, weil Kundran den Back hat. Das war echt hart mit Kundran. Amateurklasse. Steht er direkt neben mir. Ja, anstatt dass du einfach schießt. Ein Schuss hat noch gefehlt. Aber warum? Ich hänge in Kundran. Oh mein Gott. Dafür mach' ich ihn jetzt. Ich spawn' oben und oben ist kein Rifle. Wenn du ihn siehst, ist kein Rifle. Ja, dafür musst du ihn aber sehen. Kein Rifle. Rifle. Feuer. Die Bankgarten liefen die mit den Riffeln. Hm, Riffelchips. Riffeln nicht gerührt. Das war von mir. Feuer. Julie hat Feuer gemacht. Ja. Ich mach Kundran. Julie hat Feuer gemacht. Wow. Oh, hat Kundran gemacht. Ich bin tot. Goro hat mich getötet. Fisk ist runtergefallen. Ja, Goro hat mich schubst. Passiert. Goro hat mich schubst. Ich hab Goro geschubst. Er ist tot. Hey, Goro hat aber Grenz gesagt. Oh, Maxi, was war das? Hast du ein Wasser? Das war nichts. Wieso kannst du über Wasser laufen? Jesus, konfirmt. Ich bin Jesus. Achso, ja, komm hier. Nein, ich find ne eigene. Ich hab's mir weggeworfen. Nein. Jetzt nimm sie dir. Das ist dein Problem. Das klang wie so ein Gespräch zwischen zwei Eltern. Nimm es, es ist dein. Jetzt ist dein Problem. Bist du schon so verletzt? Weil ich blöd bin. Okay, das was ich zählen. Was machst du mit dem Teil? Der will dich töten. Ich war zum Lützen laufen. Hey. Schieß einfach, Julie. Dann hören die auf. Schieß du zuerst. Ich schieß zuerst. Nee, Goro schieß zuerst. Goro könnte zuerst schießen. Tautau ist es. Das macht das, Tautau, das macht das Alter. Das Eis-Messer. Mein Spiel ist Kano, ist übrigens Traitor, würde ich da mal behaupten. Ja, Tautau steht da hinten. Warum schießt du auf mich? Weil du das Eis-Messer an Tautau benutzt hast? Tautau ist nicht mehr hier in meiner Nähe gewesen. Goro, ziel nicht so doof. Wenn du nochmal auf mich schießt, Gleit. Nee, wir haben jetzt auf den D-T geschossen. Leute, es ist Tautau. Kuntran ist es. Kuntran hat Krapfisch gemacht im Leuchtturm. Ist sehr schade. Ist im Leuchtturm. Tautau sieht aber gut aus. Ja, Tautau war Traitor. Ja, Tautau war selber Traitor. Tautau war doch selber Traitor, hatte da eine Taubende in der Hand. Aber bei ihm hängt es. Ja, Viagra vielleicht mal probieren. Goro, wohin schießt du? Auf die Überbleibsel von Tautau. Oh. Irgendwer ist gerade runtergefallen. Es zieht sich nicht. Weil wir uns hängt. Sorry, mate. Ein anderes Nefi übrigens safe. Ja, so safe, dass ich wirklich bin. Hab ich gar nicht, war fünf Meter weit weg. Das ist null safe, weil ich Inno bin. Ist Nefi? Nefi ist es. Nefi ist es. Ich bin Inno. Ich hab Tuli geschossen. Ich bin 100% Inno. Ich hab Maxi getötet. Oh. Ich hab keinen getötet. Ich hab Tati. Och Mann, ich hab meinen Namen nicht gesehen. Und den nächsten hat er getötet. Jetzt hat er noch nie. Ja, kill mich. Komm, hier. Mach doch. Hier. Komm hier, mach doch. Die letzte Runde hast du nicht zu verlieren. Und er hat es eiskalt gemacht. Ja, jetzt können wir Maxi töten. Wer ist es jetzt von euch? Wer ist da drin? Wo ist es? Kondran, du bist doch schon seitdem du Fizz getötet hast, ey. Ich hab doch gar nicht Fizz getötet. So was würde ich nie tun. Ich bin ein friedliebender Mensch. Maxi? Maxi? Komm, Mann. Komm dran. Go, boy. Wer sollst dann nicht um deine Julie weinen? Und da los. Komm dran? Ja. Warum redest du jetzt nicht mehr mit mir? Warum redet jetzt gar keiner mehr mit mir? Hallo? Och, nee. So aneinander vorbei, ey. Nach der Lüge. Maxi lebte noch. Dieses Waffennachladegeräusche. Maxi durfte ja nicht reden, weil ich ihn ja wieder überlebt habe. Ah, okay. Ah, Goro. Vor allem mit Goro war es so schön. Maxi, Maxi erschöpft den Kopf. Ja, nein gesagt ist er nicht. Ich brenne. Warum habt ihr eigentlich so viele Innocent-Kids gehabt eben? Einer war aber ja von mir auf Gwenz, weil ich seinen Namen nicht sofort gelesen hatte und ich dachte so, wer belebte da einfach so einen Widder so? Weißt du das? Oh, Widder? Wer belebte einfach einen Innocent-Wider? Das geht ja wohl gar nicht. Hallo, hallo, hallo. Ja, weil Maxi so einfach da runtergerannt ist. Keine Ahnung, was da los war. Ja, du hattest mich gegen mich geschubst, ne? Ich hab mir schon irgendwie so gesagt, irgendwas hat mich geschubst, was ist denn los? Was ist denn da los? Ey, Maxi will mich auch schubsen. Ja, also ich will dich auch schubsen. Natürlich nicht. Du kannst mich aber nicht wieder, obwohl vielleicht besser schädlich. Natürlich, Nefi. Vielleicht hätte ich ihn doch wieder belegen. Oh, Nefi, jetzt ist ja ein Deal. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Brandgranate von Goro. Was soll das? Was? Goro? Oh, Nefi. Herr Fisk steht mitten im Feuer. Fisk, geh da raus. Fisk! 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 Immer wenn du irgendwo in meiner Sicht gehörst, einfach nach oben ziehen. Ich glaub, Fisk hat... Ich steh schon lange draußen. Ich lauf auch hier rum. Jetzt mach mal den. Ja, ja, ja. Du grad den Zauberer. Warte mal, heißt das, wenn ich jetzt auf dich schieß, dann nimmst du keinen Schaden? Wahrscheinlich. Da ist er. Ey, Fisk! Hey, Fisk! Rauf, Goro, Goro! Fisk hat schon Schaden genommen. Ja, ja, weil ich ihn da inziehe. Nochmal, nochmal nach. Der wurde... Er wurde eingeschnibert. Los! Wer war das? Ich hab versucht, Goro im Flug abzubauen. Ich dachte, das wär ne Turmtaube. War das aus dem Turm? Ja, wohl. Keine DNA, wahrscheinlich Turm, ja. Wahrscheinlich war es keine Turmtaube. Aber die Fenster sind noch beide zu. Turmtaube. Ein Tonpelikan wohl eher. Hallo, Chris. Eine Peking-Ente. Du bist sauer. Also, die Person muss noch im Turm sein. Dankeschön, ich guck mal nach. Also, mein Spiel. Chris, ich bin hinter dir. Komm, geh auf den Leuchtturm. Das schaffen wir. Silent Sniper auf Goro. Hör mal auf damit. Leute, kommt einer zum Leuchtturm. Bitte. Das kriegen wir hin. Es ist Kunt rein. Einsatzkommando bereit. Nein. Wo ist denn einer? Vor dem Leuchtturm. Ich komme, hier. Okay, komm. Ist der da oben Traitor? Ja. Okay. Hä? Oben ist Fisch. Warum geht das mit dir nicht? Das geht nicht. Bin zu dick. Da ist er. Er ist hier rausgekommen. Juli ist das. Toll und das. Oh nein. Auch das Fisch. Mein Fisch. Warte, jetzt kommt er nicht raus. Das Eisen geht nicht kaputt. Warum geht das Eisen nicht kaputt hier? Wie? Was mach ich? Ah, hier. Beschuldigst du mich? Also, dein Model hängt bei mir. Ah, es ist Goro. 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 To Zoro. Oh, das ist bitter. Dann ist Juli safe. Guck mal, wie Goro die Hand fällt. Ja, Juli ist safe. Wir haben gerade shoppen. Der Meil ist stark, ja. Du hast immer Rufisch. Er war Schnaubert hier. Du bist schon voll verkrampft in dieser Position. Was soll das? Er bewegt sich. Das geht nicht. Du bist noch nicht zu Ende. Ach. Wo seid ihr alle? Ist alles verbuggt auf der Map. Gib ihm den Gnadenschuss, Kunran. Seid ihr noch tot? Hä, wem? Dem Goro. Alles verbuggt. Der ist doch tot. Der zuckt noch. Danke. Bitte. Der zuckt noch. Er ist ein Ellbogenmodel. Ja, wer ist jetzt noch? Ja. Träter. 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 Ich weiß es nicht. Goro oder nicht? Goro ist schon tot. Oh, okay. Warte mal. Grand scheint. Ja, aber gerade hat einer Fisk erschossen und ich war hier unten. Wer lebt noch? Hier. Alle. Nee. Hallo. Du warst leider Disguise. Wer war's? Nefi? Ich war Disguise. Das hab ich vergessen. Scheiße. Er guckt dich die ganze Zeit an. Nein. Nein. Ich war doch noch die Tontauriger. Pelikan. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, weil die Map ist halt so verbuggt, dass ich erst mal gucken wollte, ob da nicht irgendwas... Hättest du erst mal gefragt, dann hätte ich dich vielleicht nur überzeugen können. Die Stungun hat nicht funktioniert auf der Map. Nefi, bist du Disguise? Ja. Okay, dann ist alles okay. Ja, hätte ich ja gesagt. Ich hätte gesagt, aber es liegt an der Map. Hörst du der Geist? War ein Pelikan. Es ist der Nefi da. Es ist noch Nefi da. Hoffentlich. Ich glaub der Rest war auch gut, oder? Aber ich hab mehr getötet als Gova. War das schon mal gut. Nicht schlecht Fisk. Ich weiß gar nicht wie viele ich getötet hab. Eine. Wie viele hatten ihr viel getötet? Zwei? Zwei. Da fällt ein Haar. Stell dich nicht um mich truff. Er steht mit seinen Schuhen auf mir auf. Das Stroben Peelikan velocpads. Da kommt der Meister der Props. Oh, der dreht nichts. Das hast du toll gemacht. Grants hat schon den Jungen gebracht. Echter Held, ey. Echter wahrer Held. Das ist Minecraft da. Jetzt vergewaltigt er sie auch noch. Was? Grants, das gönne ich dir nicht. Ich weiß, du kannst viel besser singen, Tauta. Nee, aber das Lied geht anders. Hä, ist Goro. Was? Was macht Goro da? Der echter wahrer Held ist ein Lied. Er hat auf die Leiche geschossen. Das heißt auch echter wahrer Held. Er hat den Diamanten geschenkt. Echter wahrer Held und du hast es falsch gesungen. Leute, safe call ist es Maxi. Halt die Klappe, ganz einfach. Es ist Maxi, Leute. Es ist Maxi. Oh, füsstest du ja schon wieder Detail. Disco Inferno. Alter, ich mach jetzt einen Koopa Jump auf Goro. Wow. Ah, shit. Wo hast du den denn gelernt? Bei Nils? Ja. Ich will auch Koopern. Bei Nils. Ich hab hier ne Bombe entstanden. Geil. C4? Ja. Ja, Maxi. Tja, Maxi. Du bist so stuck, oder? Ja, Maxi. Ich weiß nicht, ob ich Botze in den Kopf schießen soll oder dir in die Eier. Lieber in die Eier. Da liegt ne Granate! Oh Gott! Er wollte mich hochschmeißen. Und dann hat sich das Minecraft in die Fresse genommen. Oh, hast du Granate zum gebracht? Nein, Granate zum Wasser. Boah, witzig wie er einen Abgang gemacht hat. Aber sowas von. Da hinten liegt ne Leiche, oder? Nefi. Oh Gott. Ah ne, ist nicht. Na Dalu? Oh. Kein Bock Nefi zu identifizieren. Oh. Oh. Er hat sie doch selbst umgehauen. Wuuu. Oh. Es ist Dalu. Es ist Dalu. Aber der hat doch ne Bombe entschärft, oder nicht? Ja, meine eigene. Er kann vieles sagen. Hab hier nen Trailer gefunden. My Little Pony. Ihr könnt ja keinen Schaden machen, Gu. Ist für alle da. Blauch. Viele bunte Smarties. Viele tote Konranz. Ach, fisch ich euch schon wieder weiterlaufen. Magic makes it all complete. Oh Gott. Der Granate ist tot. Der Granate ist tot. Der Granate ist tot. Ich seh Fisk doch nicht. Ne, Fisk war bei mir auch. Ich konnte Goro auch keinen Schaden machen. Ne, echt? Ihr könnt ihn nicht sehen? Er stand bei mir immer irgendwo auf der Map, wo er nicht war. Ja, genau. Also ich konnte Fisk sehen, aber Goro konnte ich nicht. Ey, jetzt auch mal ehrlich, was mit Dalu mir passiert ist. Ich hab gesagt, ich muss hochgeschleudert werden. Er springt aus Minecraft und gibt mir direkt mit der Schottkart einen in den Kopf. Im Sprung. Aber hast du das dann nachgesehen? Das war eigentlich ganz nice. Du bist drüber gefallen oder nicht? Wer hat mich geschubbt? Nein, ich hab ein C4 in das Minecart gelegt und hab dann das Minecart mit mir rumgetragen. Wo das C4 drin war, ja. Aber dann bin ich irgendwann eine Stufe hochgegangen und dann ist die Bombe rausgefallen. Oh, oh. So, oh. Jetzt fliegt ja eine Bombe. Hips. Das soll da nicht sein. Letzte Runde. Ich seh Botz da nicht, aber Gott sei Dank bin ich eh noch. Hehehe. Hehehe. Ich schmeiß den Inzi auf. Ich schmeiß Maxi runter. Du machst gar nix, Goro. Gar nix. Ich seh doch nur einen Minecraft fliegen. Ich seh auch nur einen Minecraft fliegen. Ich seh Botz da nicht, ey. Gib zu, dass du das mit der Inzi warst. Gleich. Oh, Goro, wo bist du? Au, fuck. Er wird jetzt ausersehen irgendwie Botz da abschießen, weil wir ihn nicht sehen, ne. Oh Gott. Nein, geh weg. Nein, 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 nein. Ich kann einen HOLD in dir. Er wollte uns blockieren. Oh nein. Goro, das hab ich gesehen, ey. Das meinte ich, ey. Ist ein Minecraft entgleist. Ich kann Botz halt die ganze Zeit sagen, er wurde erst an den Schuss. Ich hab ihn gerade kurz gesehen. Er war Traitor. Tut mir leid. Fisk ist wieder. Oh Gott. Oh, wen hab ich da? Ich hab Goro. Ne, der lebt doch. Aber wenn er hier hochkommt, lebt er nicht mehr. Das fliegende Minecraft, Goro, dein Erz. Mach dich fertig. Ja, dann komm doch hoch. Oh, schade. Ah, gedodged. Oh, Mensch. Oh, Mensch. Kunt Rane ist to be alive. Was hat er wieder gemacht denn? Der stand, ich wollte eigentlich Goro prop killen als Rache. Goro ist einen Schritt nach vorne gegangen und fünf Meter dahinter stand Kunt Rane. Der ist dann umgekippt. Umgeknickt. Wer stöhnt denn hier? Maxi. Wer stöhne? Julie lebt also noch? War? Hallo? Nee, Julie lebt nicht mehr. Sicher, dass Julie lebt? Worum du stehst, dann geht keine Ahnung. Goro hat einen Melon Launcher. Hä? Ich wurde von der Luft geheilt. Hier nicht, Julie. Jetzt habe ich einen Melon Launcher. Goro hat einen Melon Launcher. Oh mein Gott. Goro hat einen Melon Launcher. Ja, Fisk ist es. Er ist der, der weiß, dass Goro Eno ist. Ja! Ich wurde angesnipert. Von Monster? Warum? Warum? Friends, warum? Sag es. Was? Nein, ich heile die Leute gerade. Das ist Fisk. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Der Fisk. Maxi hat einen Melon Launcher. Was? Das ist ein Melon Launcher. Das ist sterben. Grants bist du grad bei mir. Nee, ne? Nee. Ganz ruhig Silent Snipern. Okay, danke. Was passiert jetzt hier? Nichts passiert. Das muss Kunran sein. Wahrscheinlich. Ja, der ist ja schon tot. Warte mal. Hm. Wer ist es denn sonst? Weiß ich nicht. Julie, Julie ist auch tot. Wer lebt denn alles noch? Das Skorbrot ist so vorbei. Julie heute weg ist, Sniperd. Aus dem Leuchtturm. Nee, im Wasser ist einer. Ach so. Ich bin's aber nicht. Ich bin hier gerade runtergefallen. Nefi schwimmt im Wasser. Ja, ich bin im Wasser. Das steht bei mir hier einfach rum. Jetzt mach ich Nefi, Leute. Er ist abgetaucht. Jetzt weg! Also ich dachte Nefi wäre im Wasser. Warte, was ist denn los? Der Guru auch. Zwei Nefis schwimmen da. Ja, da schwimmen zwei Nefi. Warte, ich schieße auf beide. Wir machen hier gerade ein Planschbecken. Warte, ich schieße auf beide. Leute, jetzt sind zwei Nefis im Wasser. Nur mal so. Oh, hier ist der Alu tot. Ich mach dich jetzt wieder sehr viel mit dem Unsichtbran. Versuchst du wirklich an mich zu schießen? Nein, ich schieße an dem vorbei. Hab ich dich einmal getroffen? Aber ich schieße jetzt auf euch. Hey! Lass mich klein an. Okay. Wer kommt da von links? Das ist dann abgetaucht. Danke. Das war der Dete. Fisk steht über euch. Ja, wer mit geht. Wir haben schon ein Hai abgetaucht. Er schießt auf uns. Fisk. Grobo hat auf mich geschossen. Fisk hat auf uns geschossen. Ich hab keinen Schuss auf gegeben. Ich sehe sein Model schießen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oh, früher war TTT. Früher war TTT. Ohne die ganzen komischen Minecraft-Maps hier. Nefi ist es. Er läuft hier mit dem Mad-Kid ruf. Aua, heil mich mal. Ich bin an den Kaktus gelaufen. Oh Gott, ich hab was für den Shotgun gezogen. Ja, wie? Also bam. Alleine aus Versehen. Das muss ein Nefi sein. Nein. Au, au. Du hast mich angeschossen. Nein, nein, nein. Dann war's Botster. Ich hab nicht einen Schuss. Ich hab einen Sniper. Hallo? Irgendjemand heilt er wieder. Ach du, als Goro. Oh, oh. Was ist hier los? Woll mal, lebt noch irgendjemand, der seine Klappe hält? Es ist... Wer? Fisk hat er gesagt. Fisk hat er nicht aus. Ne, wieso denn ich? Wenn dann ist das mit Fleisch. Wenn dann ist... Nein, da bist du das. Fisk gesagt. Dann bist du das. Fisk hat AWP'd. Oder mich? Doch, ich hab das so gesehen. Ja, du hast vielleicht scheiße gesehen. Ja, du hast vielleicht scheiße gesehen. Woll, äh... Max Flyer, ist da ne AWP drin? Bei Botster eingetragen? Weiß ich nicht. Fisk steht bei der Leiche, Goro. Ist ne AWP drin. Ja, dann ist es Fisk. Nein, ist es nicht. Du bist bescheuert. Ich hab das so gesehen und er hat gesagt, Fisk. Dann ist es Nephi. Nein, Fisk ist... Dann ist es Goro. Ja. Wo ist Nephi denn jetzt? Nephi, wo versteckst du dich wieder? Ach, da. Ach, was? Danke. Ja, der Nephi war's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. 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 Tschüss... 好. T Shah? Ausatmen... Sch ca? Seminofffett... � Geld? dot do we? Our first time is Recreus... das? amp Boh? Untertitelung des ZDF für funk, 2017